Der Rheinkohl ist eine Wildpflanze, die besonders gerne in der N.H. der Menschen WCHST, und obwohl sie B. einen Meter hoch werden kann, wird sie meistens besehen. Seine kleinen, gelben Blüten erheben sich in die Luft als wenn sie schweben. Dabei kann man die jungen, pigen B. älter, die vor allem in B. den H. wachsen, als Wildsalat oder Gämse essen. Zerquetscht kann man die B. älter Zylinderung auf Hautentzündungen oder Schnittwunden legen. Als D hilft der Rheinkohl gegen Lymphknotenschwellungen und Verstopfung. Heilwirkung Wissenschwellung, Verstopfung, Schnittwunden, Hautentzündungen, wissenschaftlicher Name. Lamp-Sarna-Kommunis Englischer Name Nipplewort Verwendete Pflanzenteile Blücken, B. älter Sammelzeit Sommer Weitere Eine Wissenschwellung, rät Wissenschweander Und DidnTI ят